So, Freunde, was geht? Willkommen zu TORUNITE GARDEN Vierte Aufnahme, glaube ich sogar schon. Ja, wir haben auf jeden Fall einiges hinter uns jetzt hier und ich falle jetzt mal hier nicht drauf rein. Ja, OBS hat scheiße gebaut. Keine Ahnung, jetzt müsst ihr euch mit 1080p vergnügen. Ich hoffe, das geht schon klar. Aber, ja, warum OBS scheiße ist, könnt ihr euch selber denken. Brauche ich nicht zu erklären, so in dem Sinn. Es hatte Probleme gemacht. Es hat einmal nicht aufgenommen, drei Parts. Und es hat einen Part einfach nur scheiße aufgenommen. Und zwar diesen hier mit GARDEN. Keine Ahnung. Zweimal sogar mit dem GARDEN. Ich und Fire haben GARDEN zweimal insgesamt aufgenommen. Ein zweimal GANZ. Ein drittes Mal haben wir versucht, mit FRAPS nochmal zu machen. Und dann habe ich gemerkt, dass war mein Miko zu laut eingestellt, wegen OBS. Weil ich das da immer anders einstellen muss. Jemand sprechen will die auch gar nicht mehr reden, weil ich habe keinen Bock mehr eigentlich. Ich bin demotiviert als fuck. Ich will eigentlich noch andere Sachen machen. Aber, pff, nö, muss man sich ja seinen Tag mit so einem Rotz hier verbringen. Ja, natürlich. Jetzt leckt es auch noch. Ich habe jetzt aber auch kurz geleckt. Naja. Kann es ja erklären und so alles. Ich schäme mich zurück. Ich habe es doch schon erklärt. Ich mache gar nichts mehr. Wegen OBS. Auf jeden Fall, apropos OBS. Hassen. Es wird ein Rap-Text. Beziehungsweise ein Rap von dem guten Crangy. Am Ende ist nochmal eingefügt. Danke fürs Spoilern. Wieso Spoiler? Spoilern mich doch nicht. Ich dachte, es wäre Bürgermeister. Aber nee, jetzt kommt Crangy. Jetzt kommt es nur Crangy um die Ecke. Du Sparstjoker mit der Ehrenrunde. Was laberst nur für eine Hundescheiße. Also Crangy ist mal wieder da. Und? Und Featuring Bürgermeister? Keine Ahnung. Der kam am Ende. Du hast jetzt gespoilert, dass Bürgermeister noch dabei ist. Ist egal, scheiße. Soll ich schon verraten, dass das Crangy ist. Ja und? Wer soll denn sonst den Rap machen? Wer soll denn sonst den Rap machen? Wieso sollte ich den Rap machen? Seit wann das denn? Kann ich auch mal was machen. Hahaha, was denn das für eine dumme Aussage. Hahaha. Das war das für eine blöde Aussage. Aber auf jeden Fall dieses Glocken da. Dieses Glockenläuten da, was ihr im Hintergrund hört. Das kommt uns bekannt vor von Stardew Valley. Vom Community Center. Ich glaube, das ist auch von dort geklaut, oder? Feier, oder was sagst du dazu? Hm. Nö. So, nö. Darum. Nö. Nö. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich lasse das jetzt einfach mit OBS die ganze Zeit. Wir scheißen auf 4K. Ich werde jetzt echt nur noch mit Fraps aufnehmen. Ich kann es in 4K spielen, aber ihr seht es halt in 1080p. Ich glaube, das ist viel besser, ne? Da haben wir nie Probleme eigentlich, oder? Oder hat man jemals Probleme mit Fraps? Ich glaube nicht. So, da hatte ich eine Lackerinsel. Mal gucken. Natürlich habe ich nicht Lack. Natürlich, die Aufnahme, die dann gehen wird, hundertprozentig. Ich... Ja. Die... No. Da kann ich nicht reinlacken. So in der Hinsicht. Und Feier lackt rein, aber... Ich hatte 4 Hole in One Sizer bei dieser einen Aufnahme. Also in der letzten Aufnahme. Also in der letzten Aufnahme. Aber die natürlich dann verpackt sein muss. War hier alles gefegt? Ja, das war gefegt. 4 Hole in One Sizer. So eine Rotze, Alter, dass ich euch das nicht zeigen kann, so in der Hinsicht. Das ist echt scheiße, Mann, finde ich. Natürlich! 10 Schläge, was eine Gammel-Map. Man, Alter, warum... Muss ich immer verkacken dann bei den richtigen Aufnahmen? Was ist denn das für ein Scheiß? Kann das Spiel nicht einmal gönnen, Alter? Auf Aufnahme. So in der Hinsicht. Wisst ihr? Egal, lass mal hier Pepsi aufmachen, Jungs. Ah, ich krieg's nicht auf, Alter, scheiße. Ich krieg Pepsi einfach nicht auf, Alter. Jetzt läuft gar nichts mehr bei dir. Nö, überhaupt nicht. Aber ich glaube... Jetzt gleich stößt es auf der PC ab. Ja, das... Boah, Junge, ich würd dann so heulen gehen. Hm, natürlich. Es war immer ein Hole in One. Ey, das Spiel gönnt überhaupt nicht heute, ich schwör's dir. Heute geht gar nix wieder in hier in Tower Unites. Ja, keine Ahnung, warum das... Warum generell, das hat man noch nie so ein Pech. Ohne Scheißfeier, was ist das? Ich bin über das Loch geflogen und über der Map. Hast du... Ja, guck mal hier. Ich bin auch rüber. Alter, warum krieg ich diese Scheißpäste? Hast du irgendwas gemacht, dass ein Fluch jetzt hier auf uns liegt so hart? Ich krieg nicht mal die Flasche auf, ey. WTF, Mann? Was ist denn das jetzt hier? Ich beiß einfach mal mal mit Brötchen aus. Frustessen nennt man das. Alter, warum in der richtigen Aufnahme, Alter? Es... Es hat schon mal jemand... Bestimmt ist schon mal gesagt, es ist der fucking Vorführeffekt. Keine Ahnung, warum. Auf einmal geht dann gar nix mehr so in der Hinsicht, wisst ihr? Und dann hat man mal Skill und so alles und was dann? Ja, Aufnahme verbuggt. Geil. Supergeil. So macht auch das Leben schon wieder Spaß. Ja, natürlich pflege ich aus der Map raus. Geil und mad. Natürlich! Mann, Alter! Fucking 4 ohne Wunz! Ich hatte weniger... Pah! Ja, das glaubt mir aber keiner, ne? Es ist halt das Traurige, Alter. Es glaubt mir kein Mensch. Ich hatte 63 Schläge total. Ja, das ist weniger als... Ach, ich hasse diese Scheiße hier, Alter. 13 fucking Schläge, ey! Meine Fresse, Mann! Äh, 13 ist ne Unglückszahl. Achtung! Guck mal, ich hab jetzt 46 Schläge, Alter! Was ist das? Das ist ne Unglückszahl. Das ist ne Unglückszahl. Und dann so ein Joker, wie er da rumschreit. Und so am Rage und so. Aaaaaah! So, jetzt hab ich ihn hole worden. Ja, einmal. Jetzt brauchst du noch 3 und dann ist alles gut. Ja, bei Garden gibt's ja wenigstens viele Chancen dafür. Na, außer hier jetzt. Ja, hier nicht. Jetzt ist es jetzt einmal nur rumgewusel. Wusel, gusel. Haha, rumgewusel. Magst du rumgewusel? Magst du gusi? Wer? Ja. Ist das der Typ, der sich per Post geschickt hat? Ja, das ist... Wieso? Wie kommst du auf den Sposti jetzt, Alter? Keine Ahnung, weil ich wusel, wusi gesagt hab. Oder wusel, ja. Ha, busi. Ha, busi. Ich bin aus! So, bitte lass mich noch 3 Hole-in-Bones machen, dann stehe ich mit meiner Aussage mit 4 Hole-in-Bones nicht so allein da. Naja, aber so holst du dir mindestens ein paar Units. Hier hatte ich einen Hole-in-Bone auch. Okay. Aber das ist halt komplett Lack. Mehr nicht. Lack. Nein, noch nicht. Naja, verkackt. Muss ich dazu irgendwas sagen? Joker, unser kleiner Gusi. Bum, biep. Bum, biep. Bum. 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 Halt die Fresse! Ich krieg hier... Ich soll dich hier 4 Hole-in-Bones kriegen, bitch. Bitte rede nicht. Ich bin froh, dass du überhaupt einen hast. Ja, ich bin überhaupt nicht froh. Ich hatte 4. Ich hatte 4. Ja, auch wieder Lackerinsel. Natürlich. Egal, ich habe einen Birdie. Ja, das ist trotzdem dumm. Normalerweise, ich weiß ungefähr, was ich hier schon mal gemacht habe. Und das war dann zu viel. Und jetzt bin ich 1 Millimeter zurück. Ja, das zählt nicht. Sonst ist 1 Millimeter zu viel gewesen. Diese Map ist einfach nur dumm, Alter. Ganz ehrlich, es ist einfach nur beschiss. Das ist immer... Genau, wenn ich... Wenn das... Wenn man weiß, dass es die richtige Aufnahme jetzt ist. Und gar nicht verpackt werden kann. Hoffe ich zumindest, dass das jetzt nicht passiert. So... In der Hinsicht. Aber ich denke nicht. Aber kannst du mich am Arsch lecken. Aber in der Hinsicht müsst... Ja, Fraps hat noch nie Probleme gemacht. Ja, vor allem hier nach... Da will ich erstmal entspannen. Dann machen wir nachher weiter. Vielleicht dann noch mit anderen Leuten, weil... Das erzählen wir denen dann auch. Und die werden sich kaputt lachen, ey. Ja, ha, ha, ha. Hole in one endlich, Alter. Zweite. Hoffe ich mal. Nee. Mann, Alter. Ich habe mich so gefreut. Du Hurensohn. Aber Albatross. Nee, bitte. Hurensohne, Alter. Die verdient, ey. Also die Map geht gar nicht. Hole in one oder was. Oder geht es doch? Ich habe vielleicht das Loch mit wenig Power gemacht. Natürlich. Natürlich geht das. Ja, wieso bin ich da vorm C stehen geblieben? Keine Ahnung, weil es ein Hurensohn ist. Weil du bestimmt ein Millimeter zu wenig Schwung hattest. Na ja, wie sitzen sonst da rein? Ein kleiner Millimeter mehr. Und das Spiel weiß ja auch nicht, was das will. Und dann kommt da so ein Dennis. Ja, kommt doch Tower Unite. Wir wollen geholfen. Denken wir halt die Fresse, du Penner. Ja, niemals. Dann wählt er bestimmt noch so eine Rotzmap hier aus. Wieso? Garten ist voll in Ordnung. Es gibt Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres. Und wir hatten die heute alle schon. Oh mein Gott. Sohka easy. Come on, man. Ja! Nein! WAHOO! Endlich! Man! WAHOO! NIE! 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 Also was euch noch erwarten wird ist hier äh... Perfektes Gameplay. Ich hab nur ein Hole in One, man. Es wird euch noch perfektes Gameplay erwarten. Lack. Ja, aber hier geht doch kein Hole in One. Ja, natürlich. NIE! Ich war drauf! HALLO! Verdien... äh, unverdienend! Fünf Schläge, hm. Um akka lakka lakka um akka lakka lakka Ja sicherlich Danach brauche ich erstmal ne Ruhe, brauche ich erstmal meine Pause nach dieser Scheiß Map Ich brauche erstmal was zu fressen Aber ich habe hier auch noch nen Burger, der ist ich glaube ich auch noch Den musst du essen alter Junge, den muss ich immer abregen hier Eine Scheiße Geht doch Ich wurde hier nämlich auch mal, ich wurde hier zweimal verarscht Auf dieser fucking Map Zweimal vorm fucking Ziel alter Endlich habe ich da hier mein Hole in One Habe ich dafür ne Achievement bekommen? Ne, hä ich habe da schon mein Hole in One geschafft Hm Okay Dann wurde ich nur einmal beschissen Naja immerhin zwei Das sind keine vier, aber okay Wenn ich hier noch eins kriege Was ich nicht glaube Auf was ich auch nicht hoffe Weil das Spiel ist ein Fall für ne lakka Insel Ey, das ist, das ist glaube ich so die einzige Map Äh, das ist die einzige Loch, wo ich schon wieder kein Hole in One kriege Oh, Feuer, Alter Igel, Lava Aber guck mal, ich bin jetzt auch nur knapp Überpaar, ne Nur wegen dieser einer Map da, wo ich 13 gebraucht habe Hier kriege ich bestimmt Also perfektes Gameplay hier an der Stelle Das ist halt echt, ne Oh mein Gott, war das knapp, Alter Fick deine Oma, Alter Zu Geburtstag, Alter Ja 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 Erstmal Ruhe Naja immerhin Ich denke die anderen Golfdinger müssen wir irgendwann anders machen Ich werde das auf jeden Fall, ich werde das auf jeden Fall denke ich nur mit Frapsen noch machen Na wir fügen hier jetzt euch noch was ein Ja genau hier am Ende wird jetzt noch was eingefügt Was auch mit OBS aufgenommen wurde Aber da ging es auf einmal, ne Also Naja Was willst du davon halten, so in der Hinsicht, ne Nichtsdestotrotz, meine Damen und Herren Sehen wir uns im nächsten Part Ja ich Ich glaube es sind jetzt, wie viele Maps hier würden noch fehlen Drei Stück Takt Ja Takt Takt Ja Drei Maps, die wir halt nicht Die wir halt nicht Ja Die halt nicht aufgenommen worden sind Weil OBS wieder so ein super Programm ist Na ja Ihr werdet unsere Meinung, bzw. den Disc Track noch von Cranky hören Featuring Burgermeister Let's go Let's play's hier Ich sag auf jeden Fall schon mal Das war's von meiner Seite Morgens nix mehr Tschüss Solange rapp ich was Du sollst ja kommen Ja ich rapp solange dann Wird auch egal was du machst Das ist nur ein Test Das wird ja nicht online gehen Schade Oder es ist was für was Gutes Für Joker Trash Sag wenn du aufnimmst Ich nehm die ganze Zeit schon auf Ich hab doch gesagt du mach hier nen fucking Test Ich verstehe immer noch nicht was du jetzt machen willst Warum spielst du jetzt das hier ab Yo OBS du bist ein Hurensohn fickle deine Mutter Oh das hab ich schon Du bescheiße ich hasse dich so sehr Warum nimmst du nicht Golf auf Du Unterkerl Yo Jocker will mal aufnehmen Und hat mal Zeit überhaupt was zu machen Aber dann musst du nämlich rumspacken Weil du ein Hurensohn bist Und jetzt fick ich dich lahm Yeah Wir fliegen hier durch die Map Wie als hätt ich mir einen Joint gedreht Yeah Jetzt geht's ab Und ich fickle deine Mutter hart Oh Schwippel boogie One the movie Steady on the boogie Mit Brötchen am Stadion So muss das Ficke deine Mutter In nem Ford Mustang Yeah Bin der G Der immer auf deine Mutter G ist sick Ich geh zur Affe Der deine Mutter bangt Denn ich bin Cranky the Banger Man Yeah Ficke deine Mutter Ich bleibe extra stehen Weil das Spiel Hat es nicht verdient Von mir Hier Ich weiß nicht Ach komm Scheiß drauf Yeah Cranky King Der Affe Der will nahen Wie kiff Cranky King Der Affe Der aufs Sonder G'schieß Ich bin so verdammt Halt Mann wie den Ein paar Bitz Der Affe Der Rauschkiff Im Eiswagen Der Affe Der bei Candy Bei schlafen Will Der Affe Der bei Jeden Bastard Sein Seithagen Kriegt Cranky King Der Affe Ohne Respekt Der Affe Der deine Hoden Zu Ostern Versteckt Ah Diese Affe Hat sogar Eminems Tochter Gebangt Und ich fick Deine Mutter Mit den Unterhemden Was mach ich Hier für ne Scheiße Was ist denn Das für ein Scheißspiel Ich hasse das Game Das ist schwul Genauso wie Mastermind Yeah Und wir haben das Geld Denn ich bin der Beste Der Welt Ja Freestyle Das liegt mir nicht so Lieber Lass ich mir einen Text schreiben Loch 2 Oh Dein Fischkutter Das stinkt ja richtig Genauso wie Jokers Vater Unter deren Achselhöhlen Bam Bam Yeah Ich fick jetzt eine Nummer Ich beiß ins Mettbrötchen Haha Mettbrötchen Du felschkutter Ja Oh mein Mann Was ist im Mond Loch 3 Warum ist das dann vorbei Was ist denn jetzt für ne Scheiße Ja Nein ich kann mal jetzt den Test beenden Vielleicht ist das so perfekt Jetzt auch ganz bad Cranky Freestyle Geil Scheiße Naja ich mache jetzt Aufnahme Pause So Ich mache jetzt ein paar Vielen Dank.